Hi Leute und willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute spielen wir mal wieder Minecraft, um genau zu sein, ähm, Minecraft, ähm, war der Lucky Wars, Entschuldigung, dass mir der Name jetzt nicht eingefallen ist, ich habe ihn gerade vergessen und ich würde sagen, wir fangen direkt an, wir gehen in die Runde mit den meisten Spielern, leider nur ein Spieler drin, aber das muss mal so sein. Dass weniger Spieler drin sind. So, jetzt mache ich kurz den Parcours, fähle ich so nicht so immer, warum versuche ich den zweiten Sprung überhaupt? Okay, jetzt kommen wieder ein paar, das freut mich. So, und Leitersprung, gut, hinauf, hinauf, hinauf und auf den Baum. Hier rauf, hier rauf, hier rauf, wieder ein Leitersprung und pfeil dorthin auf die Glasscheine und hier muss man jetzt, glaube ich, durchspringen, wenn man es schafft. Aber ich schaffe das natürlich nicht. So, 15 Sekunden durchspringen, durchspringen und nicht geschafft. Okay. Ist egal. Probieren wir es nochmal. Wir schaffen wahrscheinlich nicht mehr viel. Ich habe den zweiten Sprung geschafft. Jetzt nicht erwartet, aber go. Go, 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 go. Eisen jetzt mal. Ich bin Solo. Ich bin der einzigste, der Solo ist. Das wird schwer zu finden. Das wird sehr schwer zu finden. Leider. Okay, Lucky Block. Okay, Damage Strenke. Ist schon mal gut. Lucky Boots. Lucky Boots. Ja. Okay, Diamantschuhe. Ist schon mal ein guter Start. Gift Sterne. Okay, gibt es ja noch Lucky Blocks. Ja, hier oben gibt es noch einen. Und Diamanten. Und ich habe ein großes Herz. Keine Ahnung, warum. Aber Goldtäpfel. Heute geht es aber richtig ab. Eine Axt mit der Fischel C1. Eine Diamantaxt, um genau zu sein. So, jetzt sortieren wir mal unser Inventar. Was brauchen wir nicht? Brauchen wir nicht? Brauche ich. Brauche ich. Brauche ich nicht. In meiner Hotbar brauche ich auch nicht. Auch nicht. Essen natürlich. Ein goldener Äpfel. Damage Trank. Heiltrank. Gift Sterne. Und jetzt kann ich mir eine Hose craften. Auf der Crafting, bei der Crafting Bench. So. So. Hose gecraftet. Und so. Angezogen. Nein, noch nicht essen. So, gehen wir mal in die Bieder runter. So, noch ein Lucky Block. Okay. Okay, eine Kaktushose. Die brauche ich aber nicht. Ich habe eine Diamanthose. Ähm, okay. Also. Okay, ich sehe es gerade nicht. Okay. Nächster Lucky Block. Du erhältst dein Extraherz. Jetzt? Hä? Das habe ich schon vorher gehabt. Ach, jetzt ist egal. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Gibt allen betroffenen Spielern drei negative Effekte. Das ist besser als Insta-Damage. So. Nächster Block. Wieder Insta-Damage Tränke nehme ich mal einen mit, weil so viel brauche ich selbst ich nicht, glaube ich. So. Bauen wir uns mal zu. Andere, oder? Ja. Würde ich mal sagen, wir bauen uns zudem da zu unserem Nachbar. Und versuchen ihn zu holen. Bau, 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 bau. Und, ah, jetzt habe ich das extraherz bekommen. Oh ja, Entschuldigung, dass gestern kein Video gekommen ist. Ähm, ich war halt unter Zeitdruck und hatte sehr viel Stress. Also gestern hatte ich wirklich keine Zeit zum Video hochladen. Also, es werden jetzt öfter pro Tag keine Videos mehr kommen, sondern dann eher, ähm, immer am zweiten Tag ein Video, weil ich mehr Stress habe derzeit. Aber wenn ich, aber wenn der Stress dann wieder weg ist, kann ich wieder pro Tag ein Video machen. Und? Ja, ich habe ihn getötet! Gut, so, nicht mehr so viel. So, habe ich schon. Uh, Diamant-Schwert. Ähm, da kommt Insta-Damage rein. Dort kommt Insta-Damage rein. So, ähm, Diamant-Helb, brauche ich nicht. So, äh, so, warte, sortieren wir mal aus. Brauche ich nicht, brauche ich nicht. Okay, wir haben einen Kill. Brauche ich nicht, brauche ich nicht, brauche ich nicht. Brauche ich auch nicht. Auch nicht, nein. Nein. Lucky Helmet, ja. Ähm, Lucky Boots, nein, 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 nein. Nein, nein, okay, ich brauche nichts davon. So, gehen wir zu den nächsten. Holz und zum nächsten. Wo lebt noch einer? Uh, 1 vs. 1. 1 vs. 1. Das ist spannend. Gewinne ich oder verliere ich? Das ist hier die Frage. Warte, ich nähe mich ihm. Ah, nein. Ich habe versagt. Ach, schade. Aqua hat gewonnen. Aber ich bin zweiter Platz. Ich würde sagen, war eine okaye Runde. Ein Kill, zweiter Platz. Aber ich würde an dieser Stelle einfach mal sagen, ciao, Leute. muitas. ich hatte... Bis zum nächsten Mal.